Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 Ich bin euer Fiorobo und wir gehen mal in die Strandbar würde ich sagen Oho, ich bin mit Tottenkopf St interessieren? wieder nur ein Groß- ok, ah ne 2 ok Ok, ich wollte schon sagen, irgendwie habt ihr jakby & erwicamente hätt ich keine die Lust mehr oder was? Slotzen, ah Fehlt da ein Salve oder so? Wie das? Äh, leider nicht. Schade. Na gut, weiter geht's. Gut, dass sich mein Handy gerade selbst entspattert. So, was ist hier los? Ganz viele Fledermäuse. Ekelig. So. Ha, beide kaputt gekriegt. Sehr schön. So. Ich darf auch nicht vergessen, dass es hier auch noch gewisse Diener gibt. Wie zum Beispiel Okay, äh, wie zum Beispiel Juwelen. Die Dinger abschießen. Ist das Ding gerade ein Stück runtergekommen? Wahrscheinlich nicht. Also bei der Karte hätten sie sich schon ein bisschen Mühe geben können. Und gegen die anderen Hockerkopper doch nicht sterbt. Ah, so. Zack. Der Trick ist ja gusel mich auch vorhin schon mehr. Inzwischen. Lass mal einfach mal sorgen. Wie komm ich denn da hin? Kann ich eine Kokosnuss durchschießen vielleicht? Nee. Da komm ich stellten lang. Vielleicht. Wir schauen mal. Das ist, könnte hier irgendwie im Wasser laufen, ne? So. Hoppala. Ich mach mir wohl ein bisschen kaputt. Tut mir jetzt aber leid. Äh, was ist passiert? Ups. Wollte ich nicht. Okay. Was hat es mit dieser Lampe auf sich? So extrem fucking loud. Das kann man auch nicht lang. Was? Okay. Merkwürdig, merkwürdig. Gibt es überhaupt Juwelen? Soll es angeblich geben, ja. Hm. Haben wir auch keine gefunden? Oh. Kann man jetzt See schlachten? Wohohoho. Ach. Kann ich auch nochmal Sand saugen? Geil. Lassen wir uns den Sandler saugen. So. Äh. What the fuck? Will ich das da gerade sehen? Frage ich mich so. Tja. Die Palme ist am... Okay. Da ist bestimmt ein Juwel. So. Wo ist das Juwel hier versteckt, hä? Wir wissen alle. Im Piratenfilm ist immer eine Truhe im... Sand vergraben. Das weiß doch jeden Skins. Wo ist sie? Wieso ist hier... ...ne fucking Schlange? Wo ist die Schatzkiste? Könnte jemand mal sagen, es gibt hier keine Schatzkiste. Das wäre so unpiratisch. Der ist skandalös. Aber scheinbar. Gibt es echt keine Schatzkiste? Was? What the fuck? 50 Spinnen einfach. Alles klar. Und ein bisschen Kleingeld. Hm. Wohohoho. Zack. Kann ich hier eine... Oh. Oh. Kann ich die Schatzkiste kaputt machen? Ähm. Äh. Noch eine Kokosnuss? Oh. Ah, Tatsache. Ha. Oh, der hat 120 Schlägen sogar. Okay. Komm her. Wo bist du? Komm. So. Unser erstes... Zeichen. Totenköpfe haben gesprochen. Der Jolly Watcher ruft uns. Wir rufen dich, o großer Jolly Watcher. Oh. Oh. Huh? 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 Oh. Uns wird Einlass gewährt. Willkommen an Bord! Wollen wir testen, ob die Schwerterbeweglich sind? Nein. Die Zentrenweiß. What the fuck? Soooo. Soooo. Oh! Hilfe! Eh! Ah! Was soll ich da tun? Hier sollen wahrscheinlich die Fässer reinballern, ja. Aber wie mache ich das? Was? Ich mache keinen Schaden daneben. Dann bin ich gleich tot. Oh Gott! Eh! Ja, danke! Okay. Das ist auch mehr Nix. Was? So. Ja, dann wird's. Muss ich's verstehen? Ich verstehe es nämlich nicht. Hä? Ja, danke. Ach jetzt? Geht's plötzlich? Okay. Aua. 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 Ja, wie präzise ist denn zwischen dieses Fass? So. Okay. Jetzt haben wir's so langsam. Würde ich mal sagen. Aua. Nichts, sonst hat's. So. Amin! Aua. Amin! Oh, das Herz ist weg. Aha. Okay. Aua. Alles klar. Wie soll ich den denn jetzt? Das hilft auch nicht. Aha. Ich muss warten, dass er den macht. Okay. Oh nein. Willst du dich doch verarschen. Glaub ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal machen muss. Und bin tot. Ne, noch nicht ganz. Aber gleich. Ja, ist okay. Ey. Jetzt muss ich doch verarschen. Spiel. So, jetzt. Danke. Okay. Natürlich trifft das fast nicht. Warum sollte es auch, ne? Ja, komm. Ja. Ah, jetzt. Ich mach da natürlich zu. Endlich. Ja, genau. Ich will her scheinen und... Oh, alle weg. Aua, 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 aua. Jawohl. Hat er mich noch gekriegt. Okay. Jetzt kommt irgendwie mehr Heilung an. Hier bei uns. So, das passt auch noch. So. Okay. Okay. Ich würde gerne Benachrichtigungen für Freunde ausschalten. Können. So. Macht er mega einfach. Komm. So. Kann ich mir so noch ein bisschen absaugen. Und dann klappen wir Risch auf ihn rein. Passt nur zwei Mal. Oh, Zwischensequenz. Ach du Scheiße. Ja, ne. Ist klar. Warte. Da sind Herzen. Aber wenn ich mir die hole. Hä? Ja, wie soll ich das denn machen? Ich wollte mich ja an dem Schild festschießen, ne. Aber es ging nicht. Warte. 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 Ja, danke. Spiel, danke. Ja, schießt das Ding doch ab. Warte. Jetzt einmal. Endlich. Wah. So. Du hast den Bauchschmerzen über Hilfe. Ja. Hallo, Luigi. Ja. Saug dich doch daran fest. Was bist du für ein anderes? Was soll ich dagegen machen? Bitte Passt nicht, oder? Passt wirklich noch Wow Das passt aber nicht mehr So Zack So Nehmt nicht Schaden passiert, aber war gut So Achso Na, wie schmeckt dir das Hai? Ja Okay, er hat wieder so einen Haken Oh, macht er noch einen Moves? Wie soll ich dem ausweichen? Ist klar Ist klar So, okay, gut Puh So Jetzt haben wir ihn Endlich Boah, war das ein lästiger Boss Puh Oh Oh, ja, wir haben ihn Etage 13 Aber wir haben noch die ganzen Lübebeln für uns Ja Gut So... Ach, come on, Schatz. Ich mein, finanziell muss ich ja diese Reise für Luigi richtig gelohnt haben, oder? So viel Geld, wie wir hier haben. Ist doch unglaublich. Äh. Komm. Jede Menge Krustentiere, okay. Zack. Jede Menge Enten. Ich denk mal hier irgendwo wird der Noster sein. Ist doch bestimmt irgendwo was. Komm mal da. Da holen wir was runter. Okay. Ist das andere jetzt abgehauen? Oh ne, ist einfach geplatzt. Okay, noch mehr Geld. Aber noch kein Juwel. Äh. Hallo. Zack. Saug das Obst ein. Und die ganzen Goldbarren. Sparen. So. Er hat um den Tod können wir zum Ende. Muss ich hier alles abchecken. Hm. Oh, eine Münze. Really? Das war das große in diesem Fass. Eine Münze. Dafür betreibe ich so einen Aufwand. So. Komm hier aber. Hä? Was ist denn das? Hä? Bist du verstehen? Was ist denn das? Eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte. Aha. Kommen wir mal so irgendwie auf die Insel. Da ist ein Schatz. Okay. Oder finde ich den erst jetzt. Ist jetzt die Sache erst freigeschaltet worden. Kann natürlich sein. So. Zack. Holen wir uns jetzt mal Tod wieder. Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Tod gerettet. Ach, dieser Tod sollte am besten bei mir im Labor abwarten. Bis sich die Sicherheitslage verbessert. Also bringen ihn zum Aufzug, Luigi. Naja, machen wir ja noch. Alles gut, so. Kann man nicht einfach irgendwie schnellreisend zum Hotel bringen? Vielleicht. Das war auch eigentlich ganz cool, oder? So. So. So, wir hatten ja hier den Auftrag, hier rüber zu gehen irgendwie. Ach guck mal, jetzt kann ich hier auch lang. Oh. Nice. Aber wie? Okay. Oh, lol. Hört mich. Nein. Ah, nicht schon wieder den Scheiß. Ja. Oh. Oh. Ich erne diese Logik. So. Ja. Hier ist nichts. Warum auch immer. Hilfe. 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 Nein, das ganze Geld. Weg mit dir, Tod. Man braucht dich nicht. Ah. Schatzkiste. Weg mit dir, Tod. Oh Gott. Money. Und da ist er dann da. Juwel. Nice. Einmalzeitsjuwel. Aber... Was machen wir hiermit? Kannst du hier irgendwo drauf schießen? Nichts. Zweit kann ich scheinbar nicht schießen. Okay. Warum auch immer. Oh. Lol. Ich sag ja, saugt immer den Sand weg. Saugt immer den Sand weg. So. Gut, wie viel haben wir jetzt noch? Schon drei Stück. Hier noch zwei. Ja gut, hier haben wir den ganzen Sand umgewühlt. Da hinten waren wir schon. Gehen wir mal hier rein. Hier muss auch noch was sein, ne? Ah, vielleicht kann ich Tod jetzt da reinschießen. Vielleicht kommt der mir ja ein, äh... Juwel. Wisst schon, wo ich meine. War das hier? Ne, hier war es nicht. Ach, da war es. Ups. Ich war zu feuerlich. Ich... War zu schnell. Ok. Ok. Warum? Hm. So. Das war aber nix. Wo soll's da rein, Tod? Ok. Das klappt wohl nicht. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ist ja gerade... Warum fallen diese Tods immer durch die Map? Warte, vielleicht können wir... Ich will da lang. Soll ich denn hier lang schießen? Ok, bringt auch nix. Tschüss. Ist mir noch eine Sache eingefallen. Wir hatten ja hier diese Seilwände. Und ich bin ja immer gerne einer, der Sachen vergisst. Aha. So. Komm her, du. Zack. Ah. Zieh mal an. Da haben wir Nummer zwei. Äh, Nummer eins. Hier fehlt noch einer. Dann fehlt noch zwei, so. Gut. Äh. Wird ich den Teppich anzogen? Ah. Kann ich Tod dagegen schießen? Nein, bringt noch nix. Kann ich den Teppich einsaugen? Ah. Guck mal. Weil der Teppich sah halt so... Bewegt mich aus und... Ist nix. Ah. So. Noch einen gefunden. Ist ja noch der letzte. Den finden wir... Wo? Hier vielleicht irgendwo? Ich will was machen. Ich will doch den Globus hier. Globus feiert irgendwie auffällig, ne? Geh mir den Globus. So. So. Schießen vielleicht. Muss ich das Schiff abschießen? So ein Ding abschießen, oder was? Oh! Lol. Hallo, Juwelen. Hallo, Juwelen. Ich kann die Dinger echt abschießen, oder? Dann schießen wir halt ab. So. Ja, ich will auch das Geld einsammeln. Boom. Guck mal noch ne Perle bekommen. So. Wir kommen gut voran. Möchte ich den auch abschießen? Oh. Da kriegen wir gar nix. Schade. Da haben wir jetzt alle, ne? Ja. Wir haben alle. Heißt... Wir sind hier erstmal fertig. Tschüss dort. König Buhu. Es hat eine kleine Panne gegeben. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich. Wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Was passiert mit den Freunden wohl? Oh. Oh. Okay. Die Todes sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wohin sind sie wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Ja, sind wir auf jeden Fall. So. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir die nächste Etage. Wenn das Spiel will. Also. Haut rein. Ciao, ciao.